Ich fang einfach mal an. Oh hier, dein, dein, dein Wald. Gedeiht. Hallo und herzlich willkommen zu... Oh Mensch, ich muss da auch erst mal umschauen. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Nimm den Samen. Ach, hier ist das Heuschrecken-Ding. Scheint ja nicht so gut zu funktionieren zu haben. Ach, hier ist das Heuschrecken-Ding. Ach, jetzt höre ich mich auch noch, scheiße. Warte mal. So. Heuschrecken. Warum Heuschrecken? Warum Heuschrecken? Ich meine natürlich diesen komischen Fledermaus da. Also, es hat letztens noch funktioniert. Ja, aber du hast ja hier gestanden und wurdest ergriffen. Hier kann auch von woanders herkommen. Ja, das stimmt. Ich war... Warte. Hast du eigentlich immer die grünen Pilze ausgekramt mit der Schaufel? Ich mach sowas nicht. Ja, weil die hier immer ausgekramt sind. Ich grab sie ja deswegen nicht aus, weil sie nachwachsen sollen. Ich pflück die immer nur. In der Schaufel oder mit Hand? Mit Hand. Äh, ich werde dich noch da beobachten. Ja, mach doch, mach doch. Ach, da war die Krimskontrolle. Steine, vier Steine. Ich hab Kaka. Ich hab ein bisschen Futter gefunden. Ich hab ein bisschen Futter gefunden. Alles klar. Alte Fleischbärchen. Ich glaub, die solltest du mal essen. Ne, mir geht's in meinem Mund ganz gut. Ich hab gar keinen Hunger. Wie nöss ich die? Da ist du die. Ich hab auch noch zweimal Steak. Und einmal geröstete Karotte. Bevor die noch schlecht werden. Bevor mir noch schlecht wird. Ich hab Kaka. Ich hab Holz. Warum hab ich eigentlich noch so wenig Holz? Ja, wir haben hier auch mittendrin. Genau. Und wir haben auch mittendrin aufgehört. Bei Tag 13. Es soll Tag 14 werden. 14. Wie frühstelle ich das Holz machen? Grünkappe essen. Äh, die kommt ja in die Kühlbox, ne? Das ist wirkenlos essen. Zutaten kommen hier hin, ne? Mhm. So. Das seh ich nicht mehr gerade. Ich bin beim Aufräumen. Samen kommen da auch rein, wo die Pilze reinkommen, ne? Die brauchen wir ja dann für die Felder nachher mal irgendwann. Blütenblätter. So, ich geh dann mal. Das Schwein hat gekackt. Guck mal. Und räumt es nicht weg, nämlich. Ja, davon wurscht man auch noch ne Menge. Äh, dann müsste ich ja wieder Holz fangen, wie dafür. Vogel? Das ist mein Samen. Hehehe. Übrigens, ich hab ja gestern mit Herrn Kedos aufgenommen. Und... Eine gute Stunde. Und das war alles top-synchron, ne? Und unser... Das war schon nach 40 Minuten nicht mehr synchron. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, woran das liegt. Aber irgendwas muss ja sein. Oh, wer weiß. Oh, meine Axt ist put. Ja, zwei sind noch in der Truhe. Ich hab die aus dem hier immer doppelt hergestellt. Oh, oh! Da wird ne... Oh! Die Bienen greifen ne Katze an. Oh, Fleisch. Das ist ne böse Biene. Die will mich auch angreifen. Ich muss fliehen. Oh, Beeren. Jetzt werden die Bäume hier klein. Bäume werden klein. Oh! Mörderfrösche! Ja, dann klaut mir das Holz. Oh, je. Oh, was kann ich herstellen? Ich weiß es nicht. Oh, Schenkel! Ich steh daneben. Guck zu, wie die Frösche gemeuchelt werden von den Schweinen. Ach, stimmt. Ah, die Schweine fressen die auch gleich, ne? Wozu? Doch, die hier, ja. Ja, das ist ein Cooldown mitzwischen. Ja, das waren fünf Schweine oder sechs Schweine. Die da rumrandaliert haben. Das war meine Rübe. Hau ab, Frosch! Ah, wo hab ich denn jetzt schon wieder hingelangert? Da. Ich suche Holz und Nahrung, ne? Ich mach Holz. Ja, wir brauchen ja beides irgendwie, ne? Ja, aber Nahrung hat, glaub ich, ne höhere Priorität. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Ach so. Oh, den Busch musstest du aber jetzt nicht ausgebruddeln. Ich bringe ihn mit. Nicht den Busch, die Bären sind das. Ah, die kann ich auch mitbringen, ne? Ja, die müssen wir aber ab und zu mal düngen. Mit Kaka? Ja. Gut, ich bring mal zwei mit. Wenn wir halt nur, wenn wir überhaupt den Somba erreichen, gut aufpassen. Nicht, dass die dann bei der Hitze weg sind. Naja, im Moment wachsen hier auf den Pfützen Eiskristalle. Und das tun sie garantiert nicht ohne Grund. Wüsst mir dieses Schwein nicht einfach so ein Setzling weg? Diese Sohn. Äh, mein Wirkungs, ich bin schon wieder bei Minecraft. Das habe ich... Ach, es wird dunkel. Ich wundere mich, warum die hier so eine Geräusche machen. Hacke, Hackelkuchen, Hackelkuchen. Es ist aber lustig, ne? Es wird dunkel, die roten Pilze verschwinden und die grünen kommen raus. So. Eierachs. Nein, die war da. Ich bin voll. Die Krallen brauchen wir erstmal nicht. Das bist du ja öfters. Als Maul. So, ne Falle. Kann man denn das Maul halten? Ich hab doch nur Mund. Du kannst auch das Maul halten. Da bin ich mir sicher. Nimm doch nicht die Falle. Aber nur vor der Schulleitung. Achso, das ging ja hier auch so. Ich spiel schon wieder mit deinem Mausinstinktiv. Fleisch. Na, ich hab im Workshop einen Mod gesehen. Da kannst du dich mit der Maus nicht mehr fortbewegen. Als du dann gezwungen bist, die Tastatur zu nehmen. Achso. Nicht ganz praktisch. Da klickt man sich wenigstens niemanden, dann geht der Typ um. Iklige Pampe. Guano brauchen wir auch für irgendwas, ne? Für was? Guano. Ich komm mal nach Hause. Ich bin ziemlich voll. Nein, nicht. Ah. Ist das ein Blumenparadies hier? Ich geh mich leeren. Leeren. Nee, funktioniert nicht. Viele Mäuse bleiben drin. Ja, die ist von woanders gekommen. Hundertprozentig. Ich glaub, die beißen gerade den Stein an. Ja, lass sie doch. Ein schöner Stein. Halt nicht da lang. Ah, stimmt. Hier ist ja der gigantische Bienenstock. Da sollte man auch vorsichtig sein. Das, die irgendwann rauskommt und wir sind dann nur Hackfleisch. Bringst du gleich mit. Wenn die Pilze raus sind, kommt automatisch das Loch. Oh. Oh, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ähm, ich bin falsch. Wo sind denn unsere Bäume? Ich hab die abgehackt. Ach so, da hab ich mich immer dran orientiert. Ich mach doch gleich wieder neue hin. Nee, nee, ist nicht schlimm. Ich hab's ja gesehen. Wo ich hin muss. Ja, da müssen Bäume hin. Vorm Vorrat. Eine Fackel hab ich. Kann nix passieren. Ein Truthahn. Ja. Gute, 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 gute. Gockel, oh, äh, gobbel, gobbel, sag ich doch dazu immer. Kennst du von, ähm, ähm, ah, ich bin zuhause. Aha. Die sind Sachen. Äh, 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 da. Oh. Äh, 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 holz. Gut, dass ich nicht packen kann. Scheiße, ich find das Feuer nicht. Hallo. Ich darf nicht schon weiter. Ich hab genau neben dem Feuer das Holz hingeschmissen. Geht auch. Oh, ich hab ein Geschenk bekommen. Das ist aber schön. Ich am Tag... Der hat ja diese Fledermäuste. Oh. So, erstmal die Wand. Sie haben's geschafft, sich rauszublitschen. Die Fledermäuse. Ja. Also doch. Verräter. Hilfe. Entschuldigung. Was ist das Feuer? Fackel, die ihr Held. Oh, Gott. Don't, no Thunder. Oh, keine Ahnung. Oh. Okay. Ich bin so, glaube ich, jetzt losgeworden. Ja, die mögen anscheinend das Licht nicht. Kann das sein? Weiß ich nicht. Genau, jetzt wird die Fackel leer. Ja, du bist ja zu Hause. So, ich hab noch zweimal Fleisch. Das packe ich auch in den Kühlschrank. Hä? Warum steht der Kühlschrank da anders? Oh, meine Fackel ist kaputt gegangen und es wurde Tag. Aha. Ich hab wieder einen anderen Sichtmodus drin gehabt. Manfred, Manfred, Manfred. So, und dann packe ich mal fünf Bären in den Kühlschrank. Und die anderen mache ich mir fertig, damit ich Marschverpflegung habe. Ist da auch ein Geschenk? Ja. Ich muss gleich mal gucken gehen. Ey Schwein, meine Bären. Ey, das Schwein geht an den Kühlschrank. Ich hab endlich Handschuhe. Sind die wichtig? Die hab ich schon. Achso. Ich hab noch keine Hose. Soll ich ihre Toilette reinnehmen? Achso, hier. Ah, mach auf! Ich will winnen! Schuhe! Hexenschuhe! Kann das sein, dass ich da aus lauter Panik Holz weggeworfen hab irgendwo? Guck, ich hab Handschuhe und ich hab schöne Schuhe. Nien, 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 nien. Hier fehlt noch die Hose. Wie viel... Achso. Ich seh schon gar nicht mehr wie ein World Boy aus. Oh, ich muss wieder kochen. Ach, ich geh wieder nach oben. Schwein! Friss mir schon wieder den Samen weg. Nehm ich überhaupt auf? Ja, ich nehm auf. Stream tut es auf. Warum müssen es immer meine Samen sein? Oh, warum ist das Katzenhaus kaputt? War? Das ist schon länger kaputt. Das war letztes Mal schon kaputt. Ich hab dich gefragt, ob du das Katzenhaus kaputt gemacht hast. Da hast du gesagt, ja. Ich hab das Katzenhaus kaputt gemacht. Nein. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Ja denn? Würde ich mir nicht erlauben können. Ja, ich hab mich schon gewundert. Ich geh... Grüße! 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 Macht ihr auch schon alle AA? Ich glaub, ich brauch mal langsam Feuerstein, seh ich grad. Ich kann mir ja nix mehr basteln. Aua! Der Frosch glaubt mir meine Spitzhacke. Die Frösche sind aggressiv. Da musst du aufpassen. Ah! Meine Spitzhacke. Baue ich mir einen Bogen. Auch wenn das nicht geht. Hallo! Hallo! Da ist der Frosch. Peter, das Eis wird schon größer. Ja. Ah, hier ist Gutes. Und ich bin voll. Was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Den Bärenstrauch hätte ich doch mitnehmen. Ich schmeiß das weg. Ich meine Unterhosen. Das wird aber auch nicht reichen. Und ich leg die Kacka weg. Kacka finden wir ja auch bei uns, ne? Ja. Äh, ne Spitzhacke. Da. Ah, ist sie. Ah, ich bin schon wieder hier, wo ich gar nicht hin wollte. Na gut, die nehm ich auch mal mit. Die brauchen wir ja auch, die Steine. Keine Kacka sammeln. Er wollte schon wieder hin. Er wollte schon wieder hin. Oh, ein Stück Fleisch. Eins. Wir brauchen aber Flintstone, Junge. Von der Suche Falle? Ah, drei Schweineschenkel. Äh, Froschchenkel. Drei Froschchenkel vom Schwein. Oh, sogar vier. Oh, fünf. Oh ja, das hat sich gelohnt. Was soll ich denn hier so vier echt? Oh, noch ein Schenkel. Und noch einer. Yeah, das gibt schöne Fleischspächer. Ach, die Kacke ist kaputt. Ob rechtzeitig nach Hause will ich es wohl nicht schaffen. Maulwurf? Ich bin sogar näher dran am Zuhause. Der hat mir meinen Salpeter geklaut, der Maulwurf. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du ihn tötest, kriegst du ihn wieder zurück. Ja, ich hab ihn getötet. Und ne Keule hat er mir auch noch gegeben. Hier liegt noch ne Keule. Oh, den Stern wollte ich noch nicht hacken. Oh, ich sollte mal was essen. Fallen lassen. Bloß schon mal reichlich essen. Oh, guten Tag. Tutan. So. Ja, dann esse ich jetzt die Bärenpampe auf. Ich bin jetzt zu Hause. Ich auch. Ich bin schon wieder voll. Wir brauchen noch ein Upgrade. Ich glaube, es gibt aber gar keins mehr, ne? Hallo, Miezi. Es gibt noch einen größeren Rucksack. Aber da müssen wir Schweine dafür töten. Und du bist dann auch langsam unterwegs. Froschenkel. Was? Ich hab auch Froschenkel in den Kühlschrank getan. Ah, da kommt der Froschenkel-Dieb. Ich hab kein Kaka. Warte, ich brauch Kaka für die Nacht. Ja. Die brauch ich. Ey. Meine Kaka. Äh, falsch. Äh, gut, dass du's sagst. Katzenfleisch. Nein. Doch, das lag da. Ich hab's mitgenommen. Oh, bin er schon zu Hause? Ja, das ist denn gleich hier oben. Das ist doch gut. Eins, zwei. Äh, hier. Katzenfleisch. Ich bin voll. Eins. Bin ich hier grad am Küchen? Ja. So, wollen wir mal gucken. Samen können rein. Ein Fleisch. Was ist das? Kappen essen. Können wir ja nicht schlecht werden. Einmal kommt rein. Oh. Ist aber drin, ne? Die ollen Blütenblätter, die tue ich mal hier ins Loch. So. 59, äh, Birkennüsse. Und einen großen Wald bauen. Hm. Und 40 Samen. Oh nein. Hattchen, Händchen. Lass mir die Ruhe. Ich will kochen. Los, ab. Hm. Meinst, das hört auf dir? Ja. Es ist weg. Na, dann ist ja gut. Wo mach ich denn den Bärenstrauch hin? Den kann ich einpflanzen, ne? Ja. Das mach ich nachher. Wenn wieder Tag ist. Kacka hebe ich noch auf. Salpeter. Salpeter hatten wir doch auch irgendwo drin. Da. Ach, da hab ich doch gerötten. Was ist denn jetzt los? Wer schreibt denn mir hier? Ah, dass ich es nicht bin. Ach, die Nieder. Da hab ich mir ja was. Da hab ich mir was. Das werde ich mir sperren, glaube ich. So, das kommt denn da hin. Ich weiß, warum stackt der das denn nicht mehr? Oh, war komisch. Äh. Kacka. Hast du brauchen hier? Ich mach, ich kacka mich frei. Kann ich jetzt schon veredeln? Ja. Veredeln? Na, eckige Steine. So. Damit du Mauern bauen kannst. Dann stelle ich mich auf der anderen Seite hin und klopfe mit der Steinachst gegen, äh, mit der Axt gegen und sag, die Mauer muss weg. Oder ich, äh, werde sie nicht bearbeiten, weil wir brauchen jetzt schon ja auch mal Lose. Ja, na, die Losen, die packe ich dann auch dazu. Ich sammle ja fleißig. Ich, ich bin ja Jäger und Sammler. Und jetzt werde ich erstmal die, wo soll ich denn die Büsche einpflanzen? Äh. Bisschen weiter weg, ne? Orientiere ich oben an die Fahnen. Oh, jetzt hab ich was gegessen. Scheiße. Oben an die Fahnen. Ja. Geh mal da hin, wo du das meinst. Mensch. Wo weiß ich denn jetzt noch was war? Ne, ich weiß jetzt nicht, ob die die gleiche, doch, wir haben eigentlich die gleiche Sicht. Die gleiche Sicht brauchen wir nicht. Ich muss das jetzt wiederfinden. Guck mal, was die Schweine machen. Ob ich denn den Fahnen gepflanzt? Was da? Weiß er selber nicht. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ach hier, an dem hier. Daran orientieren. Aber da kommt noch mehr Fahnen hin, also nicht zubomben. Schon zu spät. Boah, wir haben ja dreifach Arbeit. Ja. Ja. Du arbeitest hier mit Profis. Weißt du doch. Stell mal wegen Ultman. Ja. Ey, warte mal. Du hast mich nicht umsonst eben angeschrien. So. Nüsse. Fleisch. Bären. Kaka? Kaka! Äh! 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 Froschhausen! Die wollen mir meine... Die gönnen mir meine Kaka nicht. Brauchst du einen Rasierer? Hier geht eine Treppe runter. In ein Loch. Ja, dann bist du höchstwahrscheinlich in den Höhlen. Aber da dürfen wir ja noch nicht hin, ne? Dürfen schon, aber ich hab da voriges Respekt. Da werden wir sterben. Ich brauch mal die Axt. Wie ich das bei Honeyball gesehen hab, ist es relativ schnell tödlich. Ah, da sterben grad wieder Frösche. Na gut. Warte, kommst du, kommst du? Nein. Nein. Okay, drei, drei, drei. Oh! So. Liegt noch ein bisschen Dünnpfiff. Das gefällt mir. Dünnpfiff? Oh, geil. Kann er nicht nur immer einen harten Stuhl haben. Oh. Ich wollte es ordentlich machen, Spiel. Aber nein, du lässt mich nicht. Du jagst mir einen Frosch auf dem... Äh, auf dem... Auf dem... Achso, ich muss ausgraben. Geht so. Auf dem Hals. An den Hals. Wenn ich richtig gesehen hab, haben wir jetzt schon mal 45 Kacke. Ja, geil. Und ich hab noch nicht mal was dazu geschissen. Ah. Ich glaub, das wär auch nicht so gesund. Wenn ich dazu scheiße? Ja. Dann geht der die ganze Ernte dabei ein. Gar nicht. Sag mal, bei Starbound, der Pinguin, war das nicht das erste große Monster? Nein, die Quest hab ich gesagt, die machen wir nicht, weil die Quest stark ist. Achso, die war das. Wir hatten das schon vers... Ich glaub, da waren wir auch schon mal drin, aber da hab ich gesagt, lass uns gleich wieder abzischen. So war das. Damit wir Titaniumrüstung haben, dann... Würde ich sagen, dann können wir mal da spazieren gehen. Aber auch selbst das wird schwer. Ah, hier lass mich wieder ablenken. Es wird dunkel. Doch, nur abends. Oh, Esten vorwärts sieht schon mal wieder wieg aus. Die Schlüffel und Steine haben jetzt auch erstmal genug, das freut mich auch. So gehen die ganzen Maulwürfe wieder töten. Es macht einfach nur Spaß, Zeug einzusammeln, obwohl das total sinnlos ist. Wir brauchen gar nicht so viel, aber man sammelt trotzdem, ne? Was sammelt du denn ein? Alles, was ich so find... Oh, Fleisch! Ja, alles ist nützlich. Also, wir haben ja ein paar Rezepte, wo ich ja nicht weiß, was man da alles braucht. Ja, Steine bring ich auch noch mit. Ich mag den Katzen. Wie Waschbärkatzen.